Inter-Solar Award Dann haben wir genau noch einen Inter-Solar Award zu vergeben und der geht an... Congratulations to Huawei! Surprising and I'm very proud to be here for Huawei. Ich denke, es ist eine sehr gute Advertiserung, speziell für den Residenzischen Markt. Wir haben den Residenzischen Markt ein sehr innovatives Produkt. Wir haben mehr oder weniger alles in unser Produkt. Es ist eine Kombination von Inverter, Smart Technology, Optimizer-Solution, was wir können als Optionen, also nicht ein Must-Haves, viel Optional, was wir können. Wir haben ein Inverter, das in der Inverter ist ein Smart Chipset. Das hilft uns in der Installer zu easy installen. Wenn wir den Optimizer nutzen, wird das Geist. Das hilft uns die Installer zu schneller und zu earnen mehr Geld. Wir sind ein guter Produkt für die Zukunft. Wir sind eine gute Arbeit. und wir brauchen innovations wie das, was wir hier gelernt haben, um uns vorbereitet für die Zukunft zu sein.